Ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten FIFA 14 WM Modus Part Ich habe gedacht, ich schneide das Pack Opening zusammen, das geht eigentlich insgesamt 35 Minuten Und dann habe ich mir so überlegt, okay, jetzt schneide ich das für euch zusammen Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr so gezogen habt Also, viel Spaß mit den folgenden Clips Ja komm, klar Reus Ja, ich nehme nur auf, falls ich einen guten Spieler ziehe, ja Ja Das wird nicht geschehen Das schneidest du dann, ne? Doch, raus, so Joa, Martha Oh, oh Das musst du jetzt hier rausschneiden und dann rausschneiden Nein, ey Wie viel Rating hat der? Ähm, 85 Alter Von 87 nach Und ich hab Löw Oh Oh Den hat man schon automatisch schnell, wenn man Deutschland-Ding ins Glauben Nee, hatte ich nicht Oder? Ah, stimmt, ich hatte den ja nochmal so im Fallen Ich würde sie gerne, es hätte Ja, ich werde jetzt auch so ohne Chaos geben, ne? So wie du Ich würde jetzt gerne... Oh, Gündogan, Gündogan Oh, Eto, Eto, Desgaden Gündogan, nice Gündogan habe ich sowieso schon im Verein Magn ische Äto, das würde ich jetzt auch noch gerne aufnehmen Warum haben die den WM den den Spielern gemacht, wenn der nicht in der Werden wenn er gar nicht mit fährt na? Ah, na, nicht nominiert I test D ok schar wie martinez ok daniel wirst ok habe ich auch ich komme schon näher ne jetzens die abzummen wiederum ausgesprochen der hat nur vier sternes gilt so schau mal die habe ich schon alle ganze pack hatte ich vorhin auch torres pokémon sonst ok paypal es funktioniert nicht warum funktioniert das nicht also ich habe und pepe ja komm wenn er sich erst mal pepe und rooney und ist das geil das muss ich zusammen schneiden 87 tempo sie macht sie schießen 83 passen 83 dribbling 81 kopfball märche sagt 34 tempo sagt alles wie viel 434 ok ich dachte jetzt 44 weil er hätte der 10 tempo dazu bekommen die go costa nein jetzt bist du nicht die go costa so mein e-mail-adresse sage ich jetzt hier laut im video nicht haben kommen ist gezogen die karte leckt mich am arsch ich habe schon 300 chaos gegeben ha egal oh scheiße ey ist auch egal 10 euro scheiße alles scheiße egal sei mal fröhlich ich hätte gerne auch so ein peckler ja die alba oh das ist schon mal gut also der spielt sich echt gut messi 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 und neuen ich hab Schweinsteiger nochmal gezogen muss ich das garten das ist doch echt eight sondern mann oh da wilz silver ernsthaft ja nein doch und ich zieh Schweinsteiger weißt du können wir jetzt eigentlich tauschen viel geiler LM zu LF da hab ich die noch LM LF ich hab Hazard ich hab Hazard yes man er läuft von mir